Hallo meine Freunde und wieder mal herzlich willkommen zum Raspberry Pi Tutorial. Wir werden uns heute anschauen, wie wir einen Server auf unserem Raspberry Pi installieren. Genauer gesagt einen FTP-Server. Das sagt euch vielleicht etwas. Das ist praktisch ein Protokoll zum Übertragen von Dateien über das Netzwerk oder Schrägstrich über das Internet mehr oder weniger. Ja, wir werden uns eben anschauen, wie man das auf dem Raspberry Pi installiert und ich werde euch auch zeigen, wie man eine USB-Festplatte praktisch an den Pi ansteckt und dann als FTP-Root verwendet. Also das erste, was man machen muss, ist mal die externe Festplatte einbinden. In meinem Fall ist das einfach ein USB-Stick, weil ich jetzt keine externe Festplatte suchen und anstecken wollte. Ich habe hier einfach einen herumliegenden USB-Stick genommen und wir geben mal ein sudo fdisk-l. Das habe ich euch letztes Mal schon gezeigt, was das bewirkt. Nämlich, dass man alle Geräte praktisch angezeigt bekommt. In diesem Fall sehen wir, ich kann leider nicht mit der Maus hier oben, sehen wir wieder unsere SD-Karte, die ja jetzt praktisch das Root-Betriebssystem oder das Betriebssystem beinhaltet. Und hier unten sehen wir, dass ich schon einen 4 GB USB-Stick angesteckt habe an dem Pi. Eine Festplatte wäre natürlich genau dasselbe, nur größer. Ich habe das jetzt einfach mal zu Demonstrationszwecken praktisch verwendet. Gut, jetzt müssen wir diese Partition hier, die Def-SDR 1 in meinem Fall, ich habe mehrere Partitionen, das werdet ihr wahrscheinlich nicht haben. Und wenn doch, dann wisst ihr wahrscheinlich, welche ihr einbinden wollt. Das ist ein Live-USB-Stick, deswegen ist in diesem Fall hier das Dateisystem vom Live-USB, hier der Boot-Sektor und hier meine Daten praktisch drauf. Deswegen will ich in meinem Fall die Datenpartition natürlich boot... äh, warte, 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 ich kann schon vielleicht nicht reden, mounten. Und das wäre in diesem Fall eben die Def-SDR 1. Das Ganze macht man so, indem man zuerst ein Verzeichnis erstellt, mit wieder sudo, mkdr, slash mnt, das ist das Verzeichnis, wo alles hineingemountet wird praktisch. Und ich nenne das Verzeichnis einfach USB, ihr könnt das nennen wie ihr wollt, das ist praktisch wurscht, hauptsache ihr merkt euch den Namen. Das ist ein bisschen unscharf, sehe ich gerade, aber es wird sich auch nicht ändern lassen, glaube ich. Ah, ja, ein bisschen. Ich glaube, man kann es erkennen. Ja, jedenfalls haben wir jetzt, ähm, ein mkdr, steht für make directory. Ähm, das erstellt einfach ein Verzeichnis, wie der Name schon sagt. Ja, nachdem wir jetzt dieses Verzeichnis erstellt haben, können wir praktisch, ähm, unser Device hier, also unseren USB-Stick, oder unsere Festplatte darin einhängen. Das machen wir mit sudo, mount, slash dev slash str1 oder wie auch immer das bei euch heißt, das muss ja nicht str1 heißen. Und in unseren Ordner, den wir erstellen, slash mnt slash usb in diesem Fall. Gut, wenn es keine Fehlermeldung anzeigt, dann heißt das alles gut. Und wir können ja schon mit ls mal den Inhalt anschauen. Ja, das schaut gut aus in meinem Fall. Wir haben hier ein Verzeichnis als Chatbot, weil auf diesem USB-Stick ein Chatbot drauf ist. Lastpunkt hier ist der Mülleimer von Windows und noch zwei andere Dateien. Jo, jetzt ist eigentlich die Hälfte geschafft. Wir brauchen nur mehr den, oder ein Drittel geschafft, wir brauchen nur mehr den FTP-Server wirklich installieren. Und dann eben sagen, dass er dieses Verzeichnis als root verwenden soll. Also als Basisordner, mehr oder weniger. Installieren tun wir den FTP-Server mit apt-get wieder, also mit dem Paketmanager apt. Und wir werden den FTP-Server Pro-FTP-D verwenden. Wobei das D hinten, also ich schreibe es mal hin, Pro-FTP-D. Dieses D hier steht für Daemon, also Daemon geschrieben. Das ist ein Dienst praktisch. Und deswegen, die meisten Dinge heißen D hinten dran, die meisten Server-Dienste. Wollte ich nur mal so nebenbei erwähnen. Ja, installieren tun wir das Ganze mit sudo, weil wir root haben müssen. apt-get install pro ftpd. Gut, wenn wir jetzt Enter drücken. Sollte bei... Man muss dafür eine Internetverbindung haben, logischerweise. Das sollte hier stehen. Möchten Sie fortfahren? Ja, nein. Wir sagen Ja mit einem großen J. Oder eigentlich geht auch ein kleines J. Warten eine Weile. Vorkonfigurieren. Ich hoffe, der kann das jetzt installieren. Wir warten noch ein bisschen. Wird eingerichtet. Dann wird es wahrscheinlich gleich gestartet hier. Im nächsten Schritt. Genau, Starting FTP-Server. Wird eingerichtet nochmal. Halla. Das dauert alles eine Weile um. Wir sind fertig. Gut, der FTP-Server sollte jetzt schon gestartet sein. Theoretisch sollte ich mich auch schon verbinden können. Und man wird dann wahrscheinlich nach einem Login gefragt. Und man kommt dann in das jeweilige Home-Verzeichnis dieses Benutzers. Das wollen wir jetzt ändern, indem wir die Konfigurationsdatei von ProFTP-D so verändern, dass praktisch jeder Benutzer ins selbe Verzeichnis kommt. Ja, das machen wir jetzt mal. Ja, das machen wir jetzt mal. Nämlich mit sudo, wieder mal sudo. Nano. Das ist ein Texteditor in der Konsole. Ein ziemlich guter. Wenn ihr das noch nicht wusstet, mit Tab kann man Auto vervollständigen. Also wenn ich jetzt hier ProFTP-D bin, mache ich einen Slash und dann drücke ich Tab zweimal. Und dann wird mir hier alle Möglichkeiten praktisch angezeigt. Und wenn ich dann einge Pro zum Beispiel und Tab drücke, dann bekomme ich gleich die Möglichkeit, die ich haben möchte. Das ist nur ein Trick praktisch, wie man schneller arbeiten kann in Linux. Ja, da sehen wir dann diese Konfigurationsdatei. Hier kann man zum Beispiel den Servernamen verändern. Ich habe blöderweise vergessen, die Konfigurationsdatei zurückzusetzen, weil ich habe das vorher gerade schon mal gemacht. Zum Test praktisch, ob das eh funktioniert, so. Und ich habe es dann blöderweise nicht zurückgesetzt. Jedenfalls kann man da zum Beispiel meinen FTPi, habe ich ihn genannt. Ja, und da unten in dieser Zeile steht Use this to jail all users in their homes. Da wählt man dann, da schreibt man dann bei default root. Also das ist auskommentiert mit so einer Raute. Vorher schaut das circa so aus. So, und da steht nicht MNT USB, sondern eine Welle. Das heißt praktisch, Aha, ich kann keine Welle machen offensichtlich. Ah, jetzt. Das heißt, dass praktisch jeder User in sein Homeverzeichnis, also in Linux wird das Homeverzeichnis durch eine Welle abgekürzt praktisch. Und das bedeutet, diese Zeile hat standardmäßig, dass jeder User in sein Homeverzeichnis kommt und dort auch nicht hinaus kann. Wir wollen, und das ist auskommentiert, das bedeutet, das hat praktisch keinen Effekt auf die Konfiguration. Wir wollen das ent-auskommentieren, mehr oder weniger, oder wie man sagt, damit das praktisch aktiv wird. Und dann hier statt der Welle, so wie vorher schreiben, slash MNT slash USB oder welchen Orden auch immer ihr vorher erstellt habt und gemountet. Gut, das war's eigentlich. Die ganzen Einstellungen hier unten kann man sich grundsätzlich anschauen, sind aber zumindest für dieses Vorhaben nicht notwendig, sage ich jetzt mal. Und wir drücken strgx, also hier sieht man unten eine Zeile von Optionen, mehr oder weniger. Da steht hier strgx, also so ein Häkchen x, beenden. Und das Häkchen heißt in Linux immer strg und diese Taste, also in unserem Fall strgx. Dann fragt er, ob wir die Änderungen speichern wollen. Wir schreiben ein j. Dateiname zum Speichern lassen wir so, drücken enter und fertig. Jetzt sollten wir, wenn wir den Server restarten, eigentlich auf unserem Client, auf jedem Computer, dieses Verzeichnis sehen. Um den Server zu restarten, macht man wieder sudo service pro ftpd restart. Ah, das habe ich falsch geschrieben. Restart so. Man sagt, stopping ftp server, starting ftp server, passt. Und wenn wir jetzt hier rüber gehen, alright, so, sieht man hier, ich habe jetzt einfach mal den Chrome genommen, als ftp client mehr oder weniger. Sieht man hier, wenn man eingibt, einfach ftp, wo, ftp, doppel Punkt, slash, slash, und dann, also normalerweise würde man eingeben, http, doppel Punkt, slash, slash, bei einer Website. In diesem Fall haben wir eben einen ftp-Server, deswegen müssen wir ftp, doppel Punkt, slash, slash sagen. Und dann unsere IP-Adresse, dann gibt man als Benutzer Zugangsdaten, Pi und Raspberry ein, und sieht dann hier seinen, ähm, sein, sein Verzeichnis mehr oder weniger. Das kann man recht gut dazu verwenden, ähm, ein Storage praktisch, praktisch, ähm, aufzubauen mit dem Raspberry Pi, dass man sich den Raspberry Pi irgendwo hinstellt, ins Netzwerk hängt, eine externe Festplatte mit, keine Ahnung, 2TB ansteckt, und dann einfach seine ganzen Daten immer da drauf tut. Ja, ich stelle es jetzt mal wieder da hin zurück. So, ähm, und das war es eigentlich ziemlich für diese Folge, er kann schon wieder nicht fokussieren, aber ja, wie gesagt, war es das. Ich danke wie immer fürs Zuschauen, und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder, bis dahin, auf Wederschauen.